Sie jagen auch? Mein Vater war ein passionierter Jäger. Immer das Understatement. Er ist ein großartiger Schütze. Ja, dann müssen wir unbedingt mal zusammen auf Fasanen jagt. Er schießt nicht scharf. Ach, keine Lust zu töten? Mir geht's nicht ums Töten. Mich fasziniert die Präzision. Wer von euch spielt? Was darf's denn sein? Überraschen Sie uns. Gerne. 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 Höge. Gerne. Wie können Sie diesen Mann nur verlassen, Jan? Was hat das sollen? Du tanztest noch genauso gut wie früher. Hast du das extra gemacht? Ist das so eine perverse Römer? Nein, das stimmt nicht. Du tanztest noch viel besser. Die lacht sich ein Schranzen über uns. Lass ihn lachen. Hörst du eigentlich unsere Säge? Ja. Kann ich mit hineinkommen? Alex, deine Scheidung? Ja, du vielleicht. Finde ich. Du merkst es dir schon. Aber hoffentlich ist es dir nicht zu spät! Du merkst es dir nicht zu spät! Ich spiert es dir nicht zu spät! Du merkst es dir nicht zu spät. Vielen Dank.